Herzlich willkommen! Wir freuen uns natürlich, dass Sie sich zahlreich angemeldet haben und sich für diese Ereignisinformationen interessieren. Roger Kneubel wird uns das nachher gerade vorstellen. Ich habe Ihnen die Einladung verschickt. Mein Name ist Anne Wegmann, ich bin die Product Owner in der Open Data Plattform Mobilität Schweiz und wir würden das gerne so handhaben, also ich habe jetzt alle auf Mute gestellt, Fragen können Sie entweder direkt während dem Mute abstellen, vielleicht einfach die Hand heben. Ich nehme an, Roger, du siehst es oder wenn du es nicht siehst, dann kann ich dich gerne auch darauf aufmerksam machen oder auch, ich denke, nach Themenblöcken oder am Schluss können wir auch noch Fragerunden machen nachher. Ist Hochdeutsch, denke ich, ist gut für alle. Auf Englisch machen wir es nicht heute, aber ich denke doch, Hochdeutsch wäre wahrscheinlich besser. Roger, wenn das für dich okay ist. Tipptopp. Gut, super. Gut, seht ihr meinen Bildschirm? Ja. Tipptopp, genau. Dann starten wir. Ich begrüsse euch auch recht herzlich zu diesem Meetup und freue mich über das grosse Interesse. Mein Name ist Roger Kneubühl. Ich bin bei SKI, der Product Owner für den nationalen Ereignis-Informationsaustausch für CFDV 736. Dann haben wir im Auftrag von BAV zwei Produkte noch im Einsatz, die Datendrehscheibe, DDSS-KI und auch das Ereignis-Management-System EMS-SKI. Zusätzlich ist noch der Fachbus CDV-TV bei mir, die diese Datenqualität dann auch im Betrieb überwachen. Hier finden Sie mir noch eine E-Mail-Adresse. Wenn es Ihnen die Rückfragen gibt zum Thema, könnt ihr euch gerne melden. Dann vielleicht kurz zur Klärung, was ist SKI? SKI steht für Systemaufgaben Kundeninformation und wir stellen im Auftrag von BAV Dienstleistungen für die ganze ÖV-Branche bereit. Unsere Aufgaben sind, bei Normierungen arbeiten wir mit, geht es um Standards beispielsweise für die ganze ÖV-Branche. Wir stellen Basissysteme bereit für die ganze ÖV-Branche, sei das jetzt eben KUS und DDIP, die beiden Datendrehscheiben für Echtzeit- und Ereignis-Informationen. Oder InfoPlus, weil alle Plandaten vom ÖV-Schweiz gesammelt und dann verteilt werden. D-Doc, das ist das Verzeichnis mit den Dienststellen. Oder dann Covadis, das für die Fahrplanpublikationen verwendet wird. Oder dann eben die Open Data Plattform oder der Open Journey Planner. Und zusätzlich gehört es auch zu unseren Aufgaben, dass wir eben im Betrieb die Datenqualität in allen Formaten überwachen. Und bei Problemen mit den Transportunternehmen, die bereinigen. Unsere Webseite ist transportdatamanagement.ch. Dort findet ihr weitere Informationen für Interessierte. Könnt ihr da gerne nachschlagen. Wir werden im Nachgang sicher die Folie in euch zur Verfügung stellen. Jetzt zu unserem Hauptthema. CDS 6, VDV 736. Wir haben das zusammen mit unseren Partnern in Phasen aufgeteilt. Aktuell sprechen wir jeweils von der Phase 2. Das heisst, das ist so der initiale Stand, wo wir produktiv gegangen sind. Und wir werden jetzt in den nächsten Jahren das noch ausbauen. Wir als SKI haben damit eben die eine der letzten Datenlücken geschlossen, was es schon gibt. Und eben den Austausch von den Fahrplandaten und den Echtzeitdaten in den verschiedenen Formaten, die es gibt. Und jetzt geht es eben nicht darum, diese Ereignisinformationen auszutauschen. Und die Frage ist, warum haben wir das gemacht? Das ist ganz einfach. Es gab bisher eben keine zentrale Austauschplattform und keine Schnittstelle, um das schweizweit auszutauschen. Also bisher gab es viele Schnittstellen zwischen einzelnen Transportunternehmen, wie beispielsweise die Postauto zur SBB oder der ZVV zur SBB. Es gab viele manuelle Prozesse. Man konnte primär nur für geplante Ereignisse Meldungen erzeugen und nicht im kurzfristigen Bereich für ungeplante. Das war natürlich für die Kunden nicht sehr zufriedenstellend. Und aus diesem Grund haben wir vom BAV aus auch von der Branche den Auftrag bekommen, das Nationale zu normieren und das auszutauschen, diese Daten. Diese Grafik zeigt den aktuellen Stand der Systemlandschaft. In der Mitte haben wir die DDSS-KI, wo alle Daten zusammenfassen. Dann unten links der wichtigste Kanal in der Schweiz. Das ist der SBB-Online-Fahrplan mit den meisten Abfragen. SBB ist aber auch ein Lieferant von Ereignissen. Aktuell liefert die SBB aber nur ungeplante Ereignisse. Diese geplante Ereignisse sollten noch in diesem Jahr folgen. Auf der rechten Seite ist die regionale Datendetscheibe SIP von Bernmobil und VBL. Die liefern sowohl Ereignisse als dass sie auch selber publizieren in der ÖV-Plus-App. Dann oben rechts Postauto, das ist das Transportunternehmen, das am meisten Ereignisse erfasst, schweizweit und austauscht. Publikationskanale hat Postauto lediglich eine Haltestellenanzeiger. Dann zuoberst das EMS-SKI, das ist eben das Tool, das wir im Auftrag von BAV den Transportunternehmen zur Verfügung stellen. Das EMS dient auch dazu, die Ereignisinformationen in das GTF und ins Open Journey Planner Format zu wandeln bzw. zu integrieren. Und dann auf der linken Seite noch der ZVV, der aktuell das EMS-SKI noch verwendet für ungeplante Ereignisse, aber demnächst mit einer eigenen Lösung Daten einliefern wird. Hersteller haben wir vier verschiedene im Boot. Das war sicher auch cool am Projekt der Austausch. SBB ist eine Eigenentwicklung. Die DDS von Bernmobil ist eine Eigenentwicklung. Wir haben den Partner Menz für die Datendrehscheibe und das EMS-SKI. Und Postauto, VBL und Bernmobil haben für den Störungsmanager die Firma Glu, also Produkte von der Firma Glu. Ich sehe, da hat es schon Fragen gegeben. Mal schauen, ob es da was ist. Das ist nur ein Problem mit der Darstellung. Was wir diese Woche publiziert haben auf der Open Data Plattform ist der Datensatz mit den Transportunternehmen, die Ereignisinformationen einliefern und zusätzlich noch ein Cockbook mit der Beschreibung der einzelnen Elemente. Das hier ist jetzt ein Auszug aus diesem Datensatz. Wir haben sehr viele verschiedene Transportunternehmen, grosse, kleine Bergbahnen, Schiffe, von dem her aus meiner Sicht sehr interessant. Dann eben für die technischen Anwender das Element Prefix für die Swiss Situation ID. Das sagt eigentlich aus, aus welchem System das ein Ereignis kommt. Das Element ONRF, das erklärt, welches Transportunternehmen das Ereignis erfasst hat. Das muss also nicht immer zwingend das Transportunternehmen sein, das auch die Leistungen bringt. Im Fall von dem Autobetrieb Senftal, die erfassen auch Ereignisse für drei Bergbahnen. Und deshalb lautet die ONRF auf Autobetrieb Senftal. Sobald dann eine Linie betroffen ist, wird dann aber wieder auf das jeweilige Transportunternehmen referenziert. Gut, dann gehe ich mal weiter. Was wir auch zusammen mit unseren Partnern definiert haben, dass das Ganze funktioniert, ist das Profil Schweiz. Das basiert, wie man es hier rechts auf der Grafik sieht, auf der Norm vom VDV. Das ist der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Das sind Transportunternehmen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich vertreten. Die haben auch ein Profil. Und wir haben das jetzt noch zusätzlich für die Schweiz präzisiert und verkleinert. Und das Ganze basiert dann auf der europäischen Siri-Norm, Siri-SX für Situation-Exchange. Unsere Bestrebungen als SKI sind nun auch, dass möglichst viele der in der Schweiz definierten Anpassungen zurückfliessen in die deutsche und in die europäische Norm, sodass wir eigentlich im besten Fall auch international eine Kontapabilität hinkriegen. Und wenn wir mal mit dem Ausland Ereignis-Informationen austauschen, dass das miteinander funktioniert. Unterlagen zum Standard für die technisch Interessierten findet ihr auf der Transport-Data-Management-Seite. Im Abschnitt Ereignisdaten. Dort haben wir alle Dokumente aufgelistet, die wir haben. Das sind eben die VDV 736-Normen. Das Profil Schweiz folgt demnächst. Und nächste Woche werden wir zusammen das XSD, das wir in der Schweiz verwenden, hinterlegen. Genau. Und jetzt kommen wir mal an den Auszug zum XSD. Ich denke, hier bei der Open Data Communities haben wir auch viele technisch interessierte Leute, die hoffentlich mit den Daten was Schönes machen. Und darum haben wir diese Grafik hier aufbereitet, die das XML zeigt, die Struktur. Rot markiert ist hier der Rast Publishing Actions. Das ist einfach der einzige Ast, den wir aktuell in der Schweiz normiert haben, den wir verwenden. In den Daten sind aber auch die beiden anderen Äste zu finden. Die Effekte, die beschreiben den Ereignissort. Und die Konsequenzen, die betrieblichen Auswirkungen. Diese beiden Äste werden teilweise von unseren Systemen geliefert. Wir haben das aber noch nicht normiert. Aus diesem Grund empfehlen wir auch nicht, mit diesen Daten was zu machen, sondern lediglich die Publishing Actions zu verwenden. Dann, was ich denke, was auch spannend ist, was wir für verschiedene Ereignistypen haben. Wir unterscheiden zwischen ungeplanten Ereignissen, geplanten Ereignissen und allgemeinen Informationen. Ungeplante Ereignisse sind beispielsweise Staus, die auftreten, Unfälle und kurzfristig alle Ereignisse. Geplante Ereignisse sind viele Baustellen, Demonstrationen, Veranstaltungen, wo es Kundeninformationen gibt. Und die allgemeinen Informationen, das ist noch nicht sehr stark normiert im entsprechenden Produkt V85. Da komme ich später dazu. Das sind teilweise Hinweise auf kurzfristige Reservationsempfehlungen oder wenn es neue Fahrpläne gibt. Respektive haben wir da gesehen, dass viele Transportunternehmen sehr kreativ sind und kreative Meldungen absetzen. Genau, und da habe ich noch aufgelistet die Charakteristika, wie ihr diese verschiedenen Ereignistypen anhand vom XML erkennt. Dann habe ich mir zusätzlich einige spannende Elemente aus der XML-Schnittstelle herausgesucht. Das wäre jetzt die Ereignisdauer, das ist die Validity-Period und das Publication-Window, das Publikationszeitfenster. Bei ungeplanten Ereignissen sind die Ereignisdauer und das Publikationszeitfenster in der Regel identisch. Also jetzt tritt ein Ereignis ein, von jetzt an will ich es auch publizieren und sobald das Ereignis fertig ist, will ich es den Kunden auch nicht mehr informieren, um ihn nicht zu verunsichern. Bei geplanten Ereignissen kann das Publikationszeitfenster aber auch vor, während oder nach der Ereignisdauer sein. Und was aus meiner Sicht wichtig ist, wenn man mit den Daten arbeitet, ist, dass man unser Verständnis mit dem Umgang mit diesen beiden Daten kennt. Also wenn jemand eine App hat mit Routing-Abfrage, das wäre jetzt die Perspektive General, dann steuert die Ereignisdauer, wann bei einer Fahrplanabfrage eine Kundeninformation dem Kunden angezeigt wird. Also das heisst, die abgefragte Verbindung, wenn der Kunde von A nach B reisen will, muss in der Ereignisdauer liegen. Ansonsten betrifft es ihn nicht und ist eine unnötige Information. Verfügbar sind über die Schnittstellen die Ereignisse immer, sobald die ein Transportunternehmen erfasst hat. Also wir behalten die irgendwie nicht künstlich zurück, dass der Kunde nur ein Monat im Voraus informiert wird, sondern sobald ein Transportunternehmen ein Ereignis erfasst, steht das allen zur Verfügung und kann auch überall publiziert werden. Dann kennt die Schnittstelle zwei weitere Perspektiven. Das ist die Perspektive Stoppoint, also der Fahrgast an der Haltestelle, und die Perspektive Vehicle Journey, der Fahrgast im Fahrzeug. Dort steuert primär das Publikationszeitfenster, wann das eine Kundeninformation dem Fahrgast angezeigt wird. Die Ereignisdauer ist da sekundär. Ein Beispiel dafür ist, wenn es eine Vorankündigung gibt für eine Baustelle, also das CEO sagt, hey Kunde, in einer Woche starten hier Bauarbeiten, dann wird das an der Haltestelle und im Fahrzeug dem Kunden angezeigt. Im Routing ist das eben dann für den Kunden nicht wichtig, sondern erst dann, wenn es eben wirklich seine Fahrt auch betrifft. Genau. Wenn es dazu Fragen gibt, im Nachgang könnt ihr euch gerne melden. Dann habe ich mir noch zwei weitere Elemente herausgesucht, die aus meiner Sicht wichtig sind, wenn ich mit den Daten arbeite. Das ist der Informationsraum, das Publisher Scope und die Perspektive. Jede Kundeninformation hat immer einen Informationsraum. Der ist Pflicht und eins bis drei Perspektiven. Der Informationsraum wird vom Quellsystem beschrieben, mit einer Auflistung von eins bis N Linien, Haltestellen und Fahrtreferenzen. Und dann vom Empfängersystem ausgelesen und entschieden, wo die Kundeninformation publiziert werden muss. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, mit der Perspektive zu steuern, wo jetzt eine Kundeninformation publiziert wird. Eben wie vorher bereits erwähnt, ist General für das Routing, Stoppoint für die Sichtabfahrtsanzeiger oder vor Ort und Vehicle-Mode im Fahrzeug. Also ich kann beispielsweise jetzt hier für die Linie 6 der VBL eine andere Information absenden für die Kunden in den Fahrzeugen der Linie 6 und die, die im Routing eine Abfrage machen. Die Systeme sind aber noch nicht so weit. Also primär ist in der Regel für alle drei Perspektiven der Text derselbe. Und das ist jetzt da das Beispiel für die Haltestelle Luzern-Vartec. Die publiziert ein Ereignis nur, wenn der Informationsraum entweder die Linie 6, 7 oder 8 enthält oder die Haltestelle Luzern-Vartec und danach noch die Perspektive Stoppoint geliefert wird. Wenn das keinen Match gibt, dann ist die Ereignisinformation für diese Haltestelle nicht zu publizieren. Vielleicht auch noch wichtig zu wissen, jeder Ausgabekanal hört aus unserer Sicht nur auf eine Perspektive. Den Rest, den habe ich schon erläutert. Gut, dann gehen wir zur nächsten Folie. Auch für die technisch versierten habe ich da mal die verschiedenen Ausprägungen herausgesucht, wie ein Informationsraum beschrieben werden kann. Wir haben die Variante, dass eine oder mehrere Linien übermittelt werden. Eine oder mehrere Linien und dann zusätzlich wird noch eingeschränkt, in welche Richtung der Linie die Kundeninformation publiziert werden soll. Dann gibt es die Möglichkeit, eine oder mehrere Linien zusätzlich auf Haltestrecken einzuschränken. Also wenn beispielsweise nur auf einem Streckenabschnitt von einer Linie im Online-Fahrplan die Kundeninformation dem Kunden angezeigt werden soll und dann eben logischerweise noch die Einschränkung nur bei einer Linie auf einem Streckenabschnitt in eine Richtung. Das sind die Ausprägungen, die über die Schnittstelle von den Partnern geliefert werden. Bei den Haltestellen ist das etwas einfacher. Da gibt es nur eine Auflistung von eins bis mehreren Stop Places. Das kann dann eine Haltestelle sein, eine Strecke oder ein Raum. Vom Interpretieren her spielt das aus unserer Sache keine Rolle. Wichtig zu wissen ist, aktuell liefert kein System Haltekanten, also Stop Points. Auf dieser Ebene arbeiten wir noch nicht. Und was auch noch wichtig ist, bei Ereignissen mit Informationsraum-Haltestelle kann nicht auf das betreffende Transportunternehmen geschlossen werden. Also beispielsweise Bern-Schanzen-Strasse wird von Postauto und Bernmobil angefahren. Wenn jetzt eine Meldung kommt mit Stop Place, Bern-Schanzen-Strasse ist nicht erkennbar, ob jetzt da die Postauto- oder die Bernmobil-Linie betroffen ist. Oder die Bernmobil- oder Postauto-Fahrten, genau. Damit das möglich ist, müsste man jetzt eben eine Linienmeldung aufschalten und die dann auf den Stop Point-Schanzen-Strasse einschränken. Dann würde man anhand der Linie erkennen, welches Transportunternehmen gemeint ist und dann nur eben am jeweiligen Stop Point publizieren. Das haben wir explizit so mit unseren Partnern definiert. Dann die letzte Ausprägung sind, wenn Fahrten übermittelt werden. Das macht aktuell nur das System VIA von der SBB. Nebst diesen minimal definierten Elementen, liefert VIA zusätzlich weitere Informationen, das sind Origin, Destinations, Origin und Destination-Aimed Arrival und Departure Time und Calls. Es kann aber durchaus sein, dass ein anderes System auch Fahrten liefert und diese zusätzlichen Elemente dann nicht enthält. Also von dem her, wenn ihr da was implementiert, wenn möglich, nur mit den oben genannten Elementen arbeiten. Dann habe ich mir noch die IDs rausgesucht, damit ich die noch kurz erläutern kann, damit eben die Ereignisdaten auf die Plan- oder Echtzeitdaten gemappt werden können. Die Situation Number, die ist eindeutig pro Ereignis. Die Spezifikation ist gemässes Situation ID. Dann die Operator Ref, ist das betreibende oder konzessionierte Transportunternehmen, so wie man das auch in den Plan- oder Echtzeitdaten findet. Die Spezifikation ist gemässes Business Organization ID. Dann die Line Ref, das ist die betreffende Linienreferenz. Da haben wir die Spezifikation aktuell gemäss der VDV 454-Linien-ID. Die findet ihr auch auf der Transport-Data-Management-Seite. In Zukunft wird diese VDV 454-Linien-ID durch die Swiss-Line-ID abgelöst. Ich denke, das wird rund in zwei, drei Jahren der Fall sein. Dann der publizierte Linienname, der Published-Line-Name. Die Spezifikation ist gemäss HDF-TNL-Zeile, wer dieses Format kennt, oder gemäss dem VDV 454-Linien-Text. Beispiele sind eben die klassischen Nummern, wie man es kennt. Bei RS- oder Regionalzügen kommt dann noch die Gattung dazu. Oder dann LAV, das ist jetzt eine Seilbahn. Da gibt es dann sehr viele exotische Dinge, die man da findet. Zusätzlich haben wir noch die Direction-Ref. Da gibt es für hin und rück jeweils verschiedene Werte. Und die können auch geliefert werden. Dann weitere IDs sind die Stop-Place-Ref. Die sind eindeutige Haltestelle. Die Spezifikation ist gemäss Swiss-Location-ID. Dann der Betriebstag ist auch wichtig, damit man eben Fahrten richtig mappt. Dann haben wir noch die Dated-Vehicle-Journey-Ref. Die ist eindeutige Fahrt. Und da ist die Spezifikation auch gemäss VDV 454-Linien-ID. Und dann am Schluss noch die OwnRef. Das ist eben der Eigentümer der Ereignisinformation. Und das kann ein anderes Transportunternehmen sein, als das, was in den Linien vorhanden ist. Also beispielsweise auch die Moonliner in der Region Bern. Die haben alle die OwnRef von Bernmobil, weil sie die Fahrten durchführen, respektive ihre Leitstelle. Das begleitet. Das sind aber ganz viele verschiedene Transportunternehmen, die dann die Fahrten in den Plandaten haben. Aber das ist alles anhand vom Datensatz ersichtlich auf der Open Data Plattform. Gut, jetzt habe ich oft schon von diesen Swiss-IDs gesprochen. Die heissen eigentlich Swiss Identification for Public Transport, SIT for PT kurz. Und das sind eigentlich die Identifikatoren der Zukunft im ÖV Schweiz. Aktuell war es teilweise schwierig, die verschiedenen Datentypen im Plan, Echtheit- und Ereignisdaten als Abnehmer zusammenzukleben. Das haben wir erkannt, oder die Branche. Und aus diesem Grund führen wir diese IDs ein. Die werden dann durchgängig in allen Formaten, also beispielsweise HRDEF, NetTags, VDV, Siri, OJP eingeführt. Und dann wird es auch für die Abnehmer einfacher, mit den Daten was Schönes zu machen. Bei Siri, SX, respektive VDV 736 verwenden wir bereits drei der IDs. Das ist die Swiss Situation ID, die Swiss Business Organization ID. Da findet man auch im Datensatz von D-Doc das Mapping zu den anderen, also TO-Codes. Oder die Swiss Location ID. Das ist auch der Datensatz auf der Open Data Plattform, wo man das dann auf die POIC-Codes mappen kann. Was wir noch nicht verwenden, sind die Swiss Line ID und die Swiss Journey ID. Da sind wir einfach abhängig von den Plan- und Echtzeitdaten, dass es dann durchgängig geliefert wird. Weitere Informationen dazu findet ihr auch auf der Transport Data Management Seite unter Standards. Da hat es eine ganze Auflistung von diesen strukturellen Standards. Die sind hier zu finden, wenn es da dazu Fragen gibt. Im Chat gab es noch erste Frage. Eine Frage von Julia Hänseleit, die der Daniel Würsten netterweise gleich beantwortet hat. Genau, so wie das der Daniel schreibt, ist es bei vielen Abnehmen aktuell so, also jeder hat eigentlich ein eigenes Mapping auf die D-Doc-Bezeichnung respektive aus die in seinem System internen verwendeten IDs. Gut, dann gehe ich mal weiter. Dann habe ich mir noch ein paar weitere zentrale Elemente herausgesucht, einfach dann, um euch zu helfen, wenn ihr mit den Daten was macht. Die Creation Time, das liefern wir im Zulu- oder UTC-Format. Wir empfehlen aber nicht, das Element auszuwerten. Dann die Version, die sollte aufsteigend sein, ist aber nicht immer der Fall und daher empfehlen wir auch nicht, dieses Element auszuwerten. Die Version Time ist der Zeitpunkt der letzten Versionierung, auch Zulu- oder UTC. Und wir empfehlen auch nicht, dieses Element auszuwerten. Mit auszuwerten meinen wir, dass wenn ihr Daten bezieht, dass ihr prüft, wenn sich ein Ereignis verändert, ob sich jetzt die Version erhöht hat, ob die gesenkt hat, ob die gleich ist, das Gleiche mit der Version. Ihr könnt immer davon ausgehen, dass wir über Open Data Plattform zu jedem Ereignis die aktuell gültigste Version publizieren. von dem her kann es sein, dass sie mit den Quellsystemen, was nicht gut läuft, aber auf der Open Data Plattform ist immer der aktuellste Stand, von dem wir da nicht Prüfungen einbauen, die dann dazu führen, dass Ereignisse nicht publiziert werden. Dann das Element Progress, das gibt Infos über den Status des Ereignis. Via Open Data Plattform werden nur die Werte Published und Closing geliefert. Closed würde heissen, das Ereignis ist nicht mehr zu publizieren und nicht mehr zu publizierende Ereignisse, die senden wir nicht an die Open Data Plattform. Closing, das sind die sogenannten Endemeldungen bei ungeplanten Ereignissen, wenn dann dem Fahrgast mitgeteilt wird. Ja, es ist übrigens bei Linie 6 ist alles wieder in Ordnung. Alles fährt wieder nach Fahrplan. Dann auch ein aus meiner Sicht beliebtes Feld zum Auslesen könnte Alert Course sein. Das gibt Auskunft über den Ereignisgrund. Das ist eine Enumeration und auch hier haben wir das aus meiner Sicht aktuell noch zu wenig stark normiert, damit man da wirklich etwas sinnvoll machen kann. Also es ist aktuell durchaus okay, wenn ein Partner in jedem Fall Undefined Alert Course liefert. Dann Scope Type, das beschreibt den Ereignis Scope, also präzisiert die Effekte. Auch hier raten wir davon ab, das Element auszulesen, sondern stattdessen eben den Informationsraum zu prüfen, ob jetzt da eine Linie enthalten ist, eine Haltestelle, eine Fahrt oder eben eine Linie eingeschränkt auf Haltestellen und dazu nicht das Element Scope Type zu verwenden. Gut, das war es mal der erste Block. Ja, ich lese die schnell. Genau, der Jean-Christoph fragt, ob jetzt bei einer Abendsperrung über drei Wochen jeweils zwischen 22 und 1 Uhr für jeden Tag ein Ereignis erstellt werden muss. Nein, das ist nicht der Fall. Die Schnittstelle erlaubt, dass mehrere Ereignisdauern hat und mehrere Publikationszeitfenster. Und dann die zweite Frage mit dem Austausch mit dem Ausland. Wir sind ja auch vertreten in den europäischen und im deutschen Standards und wir sehen da, dass unsere Kollegen noch nicht so weit sind. Also ich gehe mal davon aus, ein Austausch mit dem Ausland wird noch dauern, weil sie eben, falls sie den VDV 736-Standard verwenden, dann höchstens innerhalb von ihrem Transportunternehmen oder Verbund, aber sicher noch nicht national, so wie wir das in der Schweiz tun. Gut, dann das zweite, ein weiteres Thema. Moment, es gibt noch eine Hand von Jean-Christophe. Sie müssen sich noch anmuten, genau. Genau, oh, das ist schon ein richtiger Hintergrund, genau. Nämlich der Hintergrund auch meiner Frage. Ich bin jetzt seit dem 1. Januar hier am Bodensee grenzüberschreitend für ÖV-Themen verantwortlich und ich kenne auch meine Kollegen zum Teil schon im Westschweizer Bereich, Genf, etc. Das ist nämlich genau ein Thema oder mit den grenzüberschreitenden Verkehren, wo es sicherlich auch aus Schweizer Sicht wertvoll würde, wenn wir möglichst bald vielleicht so ein bisschen projektmäßig, pilotmäßig in den Grenzräumen versuchen, da was zu erreichen mit dem Austausch. Und ich möchte euch einfach anbieten, gerade im Raum Bodensee mit ÖBB oder auch den Verbünden auf der anderen Seite der Grenze sozusagen, stehe ich auch für Projekte zur Verfügung. Wir haben da auch sowohl seitens der SBB wie auch von unserer Organisation einen klaren Auftrag, da was zu tun. Ich wollte es einfach nur euch mitteilen. Danke. Also kannst gerne den Kontakt herstellen, das begrüssen wir. Ja, das bin ich. Okay. Kipptopp, dann schauen wir. Genau. Gut, dann ist noch eine Frage von Christian. Was ist der Unterschied zwischen Publishing Action Effects und PT Situation Element Effects? Das zweite des PT Situation Element Effects, das ist eben der Ereignisort. Wo findet das Ereignis statt? Also bei einem Unfall an einer Haltestelle wäre das wie betreffende Haltestelle. Und das Publishing Action ist dann der Informationsraum. Also wo soll jetzt der Kunde informiert werden? Und das wäre dann beispielsweise eben nicht nur an dieser Haltestelle, sondern eben auf der ganzen Linie. Das erste, also der Informationsraum, der ist normiert und den Ereignisort, den haben wir noch nicht normiert. Gut, dann gehe ich weiter zum V85 für das Kommune, das Produkt 10, Kommunikation im Ereignisfall. Das wird vom Allianz Swissbus, vom Branchenverband herausgegeben. Und das hat zum Ziel, dass jedes Transportunternehmen bei einem Ereignis genau gleich informiert, die gleichen Textbausteine verwendet, es ist aber auch eine Übersetzungshilfe, weil die Texte sind jeweils in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch vorhanden. Und das Ziel ist auch, dass sich eben die Fahrgäste schneller orientieren können, weil eben die Kundeninformation immer gleich aufgebaut ist, egal welches Transportunternehmen kommuniziert. Die Details könnt ihr nachlesen und ich habe jetzt das Produkt hier auch noch verlinkt, dort wo ihr das findet. Genau, das ist hier zu finden. Am Ende September wurde die erste Version publiziert, ist aber noch stark im Wandel. Das Produkt verändert sich fast wöchentlich im Moment noch. Vielleicht was da spannend ist, ist, dass die V85 kennt aktuell sechs Ereignisfälle aus Kundensicht. Das entspricht dann jemals dem Titel von einem Ereignis. Das ist ein eingeschränkter Betrieb, ein Unterbruch, ein Betrieb, der eingestellt ist, ein unregelmässiger Betrieb und eine Haltestelle, die verschoben oder nicht bedient ist. Auf der nächsten Meldung sieht man eben, wie diese V85 funktioniert, respektive eben die VdV 736-Schnittstelle. Da wird jede Information einzeln übermittelt. Also wir haben da die verschiedenen Meldungselemente, Titel, Grund, Dauer, Information, Auswirkungen, Empfehlungen, Bemerkungen und URL-Links. Da gibt es dann eben sehr viele Ausprägungen und diese Ausprägungen sind in dieser V85 zu finden. Jetzt ganz spannend finde ich die nächste Folie. Wir sind ja in der Schweiz mehrsprachig, Deutsch, Französisch, Englisch und Italienisch ist daher die Anforderung gemäss Profil Schweiz, dass die Kunden informiert werden müssen. Dann gibt es zusätzlich verschiedene Textlängen, kurz, mittel und lang. Die Idee ist, dass man eben im Online-Fahrplan lange Texte verwendet, ganze Sätze. Und kurze für den Haltestellenanzeiger. Und dann hat man eben zusätzlich die Möglichkeit, die Perspektive den Kunden noch anders zu informieren. Also sei er jetzt am Routing, im Fahrzeug oder an der Haltestelle. Und theoretischerweise könnte so ein und dieselbe Information, also irgendeine Auswirkung auf den Fahrgast, in 36 unterschiedlichen Ausprägungen übermittelt werden. Das war während dem Projekt, glaube ich, auch eine der grössten Herausforderungen für alle Hersteller und Lieferanten, dass man eben diese Texte in so vielen verschiedenen Variationen liefert. In der Regel sind das lediglich zwölf unterschiedliche Texte, also vier mal die Sprache und dann mal drei die Textlängen, weil sie eben oft für alle drei Perspektive identisch sind. Dann gehe ich mal weiter auf die nächste Folie. Das ist jetzt eben so ein Beispielauszug aus diesem XML. Da sieht man schön diese Struktur, Summary Content, der Titel, dann Reason Content, der Grund und innerhalb von jeder Gruppe dann die vier Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und hier oben sieht man noch eben die Textlänge S, die Textlänge M und die Textlänge L. damit dann eben jeder Abnehmer die für ihn richtige Sprache und Textlänge extrahieren kann. Es gibt noch einen Kommentar dazu im Chat, dass Kanton Graubünden auch romanisch verlangt wird. Ja, da können wir leider nicht mithalten. Ich glaube, das wäre schon mit den Übersetzungen recht teuer, wenn man das jetzt noch alles übersetzen müsste. Das würde, glaube ich, schon da scheitern. Aber vielleicht kommt das ja mal. Das nächste, was ich euch kurz vorstelle, ist das Ereignis-Management-System EMS SKI. Die Idee ist hier, dass wir den kleinen und mittleren Transportunternehmen, die eben zu klein sind, um ein eigenes System zu betreiben, eines zur Verfügung stellen zu niedrigen Kosten. Der Auftrag ist da vom BAV. Wir haben da auch schon Seilbahnen, Schiffe und für die, die zum Teil nur eine Linie haben oder wenige Fahrzeuge und die sind natürlich finanziell nicht in der Lage, ein eigenes System zu beschaffen. Das System kann aber dann auch nicht in die eigenen Unternehmen integriert werden im Sinne von Abfahrtsanzeigen, dass die da direkt angesteuert werden können oder irgendwie Twitter-Kanäle, was da die anderen Partner oder Hersteller alles bieten. Gut, aufgrund der Zeit verzichte ich da auf die kurze Demo. Genau, interessiert und kann ich das gerne in einem anderen Termin vorstellen, damit dann eben auch die anderen Themen noch Zeit finden. Was ich euch auch noch ergänzt habe in der Präsentation sind die Links auf Ausgabesysteme von den Partnern, damit ihr da auch mal, wenn ihr ein Ereignis bezieht, schauen könnt, wie sie das publizieren, was sie damit machen und vielleicht welche Layouts sie verwenden, damit ihr euch da inspirieren lassen könnt. Gut, dann kommen wir eigentlich zum Hauptthema, sozusagen zum Datenbezug via Open Data, Plattform Mobilität Schweiz. Wir haben das hier aufgeschaltet, was sicher ein bisschen minimal ist, ist noch unsere Beschreibung vom Cockbook und vom Dataset. Da können wir sicher einiges noch von den Folien übertragen, aber das werden wir sicher auch noch nachholen. Genau, da hat uns zum Teil noch die Zeit gefehlt. Das Dataset findet ihr hier, das Cockbook dazu habe ich auch verlinkt. Wir sind auch bestrebt, eben, dass wir das jetzt mal in Deutsch sicher ausformulieren und dann möglichst rasch in die Italienisch, Französisch und Englisch übersetzen, damit möglichst alle abnehmermass damit machen können. Jetzt würde ich euch noch gern den Mechanismus erklären, wie das funktioniert. Wir setzen da das Protokoll Siri Request Response ein. Die Open Data Plattform, das ist dort, wo ihr alle die Daten beziehen könnt. Im Hintergrund funktioniert das so, dass die Open Data Plattform alle 30 Sekunden bei der Datendrehscheibe DDIP, dort wo die Daten zusammenkommen, einen Request hinschickt und dann zurück den, wir nennen es, Initial Load bekommt. Der Initial Load, der enthält alle aktuell und die zukunft gültigen Ereignisse. Und dann während diesen 30 Sekunden wird das gecatcht und so viele Abnehmer, wie das wollen, können die Daten dort beziehen. Das Ziel ist eben ganz klar, dass wir die Last auf der Open Data Plattform haben und nicht auf der Datendrehscheibe. Hier auch nochmal der Hinweis, eben das XMN enthält pro Ereignis immer die aktuell gültige Version und wir empfehlen deshalb nicht eben einzelne Elemente auszuwerten und irgendwie eine Logik auf Version, Version at Time etc. aufzubauen. Und wenn ein Ereignis nicht mehr geliefert wird, dann heisst es, das Ereignis gibt es nicht mehr und ihr könnt das bei euch, wenn ihr das publiziert, löschen und nicht mehr publizieren. Gut, dann haben wir noch zwei Beispiele, was man mit diesen Daten machen kann. Das eine hat der Vasi-Lede, der da heute auch in Call ist, für uns gebaut, im Auftrag von SKI. Das würde ich euch gerne kurz zeigen. Unsere Idee war, dass Transportunternehmen, welche das EMSS-KI oder auch ein anderes System verwenden, die von Ihnen erzeugten Ereignisse auf ihrer Webseite einbinden können. Da gibt es einen Link, wo man sich jetzt die eigene Anfrage zusammenstellen kann. Man kann da eben die Instanz wählen, dann die Sprache, die Textlänge und ob jetzt alle aktuell gültigen oder auch die zukünftigen Ereignisse publiziert werden können und dann mit Hilfe der ONRF kann dann ein Transportunternehmen oder kann man für ein Transportunternehmen Ereignisse filtern. Ich nehme jetzt mal die Ereignisse von TPF, weil die weiss ich, die haben glaube ich nicht so viele. Dann kann jedermann einen Link generieren und das kann dann als Inline-Frame auf der Webseite eingebunden werden. Oh, jetzt steht das geht was nicht. Vasile, was habe ich falsch gemacht? Ganz, aber ja, du solltest auch, wenn du machst hier ein Filter, er sollte auch gehen die ganze Fenster, so wenn, ja, siehst du, aber ja, vielleicht die, du hast einen Space oder so, am Anfang den, Ah, ja, der was hier, der, der entdeckt alles. Nein, nein, es war nicht, es war ja, ich mache, aber ja, so, er sollte auch in diesem Fenster Filter sein, aber ja, Schauen wir an, was das Problem ist. die Idee ist dann, dass eben nur die, ja, jetzt funktioniert. Ah, okay. Die Idee ist, dass dann eben dann nur von diesem Transportunternehmen oder diesem Mandanten, das wäre jetzt TPF, die Ereignisse gefiltert werden können und dass nur die publiziert werden. Genau. Dann haben wir noch einen zweiten Showcase, der ist recht neu. den haben wir zusammen mit der Bern-Fachhochschule erstellt mit, im Rahmen von einem Modul und da übergebe ich an dich, Christian, kannst du den Bildschirm übernehmen? Ähm, Tobias bin ich. Oh, Tobias, sorry. Nächste Woche dabei. Sorry, sorry. Dann hoffe ich doch, dass ihr jetzt meinen Bildschirm sehen sollt. Falls ja, kann ich noch eine Rückmeldung bekommen? Habt, man sieht's. Wir sehen's, ja. Sehr gut. Genau. Wir sehen hier den kleinen Showcase. Anstatt, dass man die Situationen als Liste darstellt, probieren wir diese in einer Karte zu visualisieren. Man sieht hier, ohne Filter sind das relativ viele Daten. Also es kommen viele Haltestellen und viele Linien. Aber man kann wie beim Monitor auch hier filtern, wie zum Beispiel nach TPF. Das sollte dann ein bisschen schneller gehen. Man sieht dann hier, man hat nur den Ausschnitt der TPF. Die Linieninformationen bekommt man ja nicht von den Siri. Also die Linieninformationen, welche das ist, bekommt man von Siri, von den Schörungsinformationen, aber keine Möglichkeiten, um sie zu visualisieren. Also alle Linieninformationen, die wir hier darstellen, die sind vor den OpenStreetMap-Daten und die Standorte, die Punkte, die wir hier sehen, sind von der T-Doc-Liste, da wir dort die Location haben. Vielleicht wichtig zu wissen ist, normalerweise wird für die Linieninformationen zu holen auf OpenStreetMap wird probiert, mit der ganzen Linienreferenz zu suchen, aber falls, weil momentan noch nicht viele Linien auf OpenStreetMap diese als Attribut hinterlegt haben, haben wir selber einen Service geschrieben, welches probiert, neu aufzulösen und durch schlau den Operator und die Linie kommen wir dann trotzdem auf eine Lösung. Genau, man sieht nach einer Minute Lades ist dann gerade wieder neu und das ist das Gleiche, man kann verschiedene Filter einstellen, die Perspektive, die Sprache und wenn man hier auf den Link klickt, passiert genau das Gleiche, man bekommt einen neuen Kartenausschnitt ohne den Filter, welcher die Linie Informationen holen geht und man sieht dann zum Beispiel hier, wir haben diese Störung mit auf Französisch, weil der Finite auf Französisch gesetzt wurde. Genau, das wäre es dann schon von mir und ich würde wieder zurück übergeben an dich, Roger. Danke, Tobias. Vielleicht kannst du noch einen kurzen Zwischenstopp machen im Chat, es gibt dort noch eine Frage, ich glaube die letzte, genau, da war es zur Version, ob es ein eindeutiges Merkmal zur Version gibt. In der Regel ist die Version respektive die Version at time, die müssen schon aufsteigend sein, von dem her ist es schon so, dass es immer die neueste Version, die aktuelle gibt, aber es gibt eben Fehlerfälle in der Kommunikation zwischen den Systemen, wo sowas auch mal nicht funktionieren kann und sich irgendwie eben das auszulesen dann nicht empfiehlt. Respektive dass man da zu viel validiert als Abnehmer. Aber die Version muss aufsteigend sein, auch die Version at time. Es gibt aber ganz selten Konstellationen, wo das eben nicht gewährleistet ist. Dann ist noch die Frage, ob die Abrufkadenz zwischen ODP und EDIP zu erhöhen, ob das geplant ist. Das planen wir eigentlich nicht, die Kadenz zu erhöhen im Sinn, dass man öfter abfragt. Es sind immer Menschen, die diese Ereignisse erfassen und da sind aus unserer Sicht 30 Sekunden ein guter Wert. Also wir haben da nicht im Sekunden- oder Millisekunden- Bereich Anpassungen an den Ereignissen. Die meisten Ereignisse haben auch nur eine Version oder maximal zwei. Also sie werden erstellt und laufen aus oder werden wieder geschlossen. Von dem her gehen wir davon aus, dass es ein guter Wert ist. Oder meinst du schon, Christoph, dass 30 Sekunden zu oft ist? Ist das so zu interpretieren? Es ist die Frage, was alles an Belastung auf dem System ist. Unter Umständen wäre es bei manchen anderen Daten wichtiger eine höhere Kadenz zu haben als bei eine Ereignis Information. Weil ich meine, die Frage ist immer, wie schnell kommen die Ereignisse überhaupt rein? Also ich glaube, dass die Schwachstelle nicht bei der Kadenz der Aktualisierung auf der Open Data Plattform liegt, sondern eher, ich sage mal, an der generierenden Stelle, die überhaupt Informationen erhält und im System dann abbildet. Genau, und als Abnehmer hat man ja die Möglichkeit, dass man beispielsweise nur alle zwei Minuten abholt oder so, das ist dann jedem selber überlassen. Genau, aber wir gehen davon aus, dass 30 Sekunden ein guter Wert ist, um diesen Catch zu füllen. Dann hat es noch weitere Fragen? Zur Karte, das wurde schon gerade im Chat beantwortet. Genau, der Link für die Karte, den hat er gern. Danke, dann sind wir durch. Ja, noch eine Frage von Luca Scheuring zu den GTFS Realtime Service Alerts, da kommst du nachher dazu. Da komme ich noch dazu, genau. Aber eben die Kadenz können wir sicher erhöhen, das können wir schon steuern. Aber eben wir sehen, dass eben viele Ereignisse nur zwei Versionen haben und dass die nicht minütlich oder zehn Sekunden aktualisiert werden. Von dem her denken wir, dass das ein guter Wert wird. Aber vielleicht ist das in ein paar Jahren anders. Gut, dann teile ich glaube ich wieder und ich gehe noch weiter. Das, was Tobi schon angesprochen hat, mit der Openstrip Map, da haben wir jetzt auch versucht, erste Erfahrungen zu sammeln und wir werden uns da sicher noch mit der Schweizer OSM-Vereinigung austauschen. Unser Ziel ist eben, dass diese zukünftigen ID's, diese Sit4PT's auch in OSM Einzug halten. Wir sind jetzt das am Ausprobieren, am Beispiel vom Knoten Elm Sportbahn sieht man, dass wir jetzt diese Lloyd-Referenz hinterlegt haben. Und dann bei den Bussen sind wir auch am Ausprobieren mit den Referenzen Spoilt, die Rückschlüsse auf das Transportunternehmen lässt und dann eben mit der Swiss Line ID, die Zukunft kommt, die haben wir da auch schon gepflegt und jetzt als Übergangslösung die Siri SX. Wenn ein Transportunternehmen diesen Dienst oder diese Karten nutzen muss oder will, muss es eben in den Daten, in den OSM-Daten unter Umständen zuerst schauen, damit das funktioniert. Die aktuelle OSM-Umsetzung ist eben nicht ganz widerspruchsfrei, beispielsweise die Postauto, die Linie 101 gibt es viermal in der Schweiz und nur mit dem Operator und der Referenz kann man da nicht die Ereignisinformationen der richtigen Linie 101 zuweisen. Dafür benötigt man eben in Zukunft die Swiss Line ID und als Übergangslösung diese Siri SX-Rifferenz, die wir jetzt mal am Ausprobieren sind und schauen, inwiefern wir die grossflächige integrieren können. Wenn jemand wie hier Inputs hat zu OSM, da bin ich ein Anfänger, dann meldet euch gerne bei mir. Ich bin froh für jede Hilfe oder jedes Input. Gut, dann eben wie gesagt, GTFS Service Alerts. Wir planen diese Ereignisinformationen ins Format GTFS Service Alerts zu wandeln. Die Umsetzung erfolgt auf Basis der aktuellen GTFS RT-Version 2. Die Texte werden wir auch mehrsprachig zur Verfügung stellen, nur aber die Textlänge lang. Der Header-Text entspricht dem Summary, also dem Titel und alle anderen Elemente, die in der VDV 736 einzeln übermittelt werden, also Grund, Dauer, Auswirkungen, Empfehlungen, etc. Die müssen wir zusammenkleben und die werden dann im Description-Text geliefert. Das heisst, die Informationen sind vorhanden, der Abnehmer hat dann aber nicht mehr die genau gleichen Möglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten wie mit den rohen Daten. Die Referenz wird dann einmal wöchentlich aktualisiert auf den GTFS Datenexport, so wie man das jetzt auch schon von den Static- und Real-Time-Feeds kennt. Wir gehen davon aus, dass wir das hoffentlich im Q1 endlich publizieren können. Geplant war es schon länger, aufgrund von Verzögerungen haben wir es aber nicht geschafft. Sobald das der Fall ist, werden wir das auf der Open Data Plattform ausschauten und dann im nächsten Newsletter darauf hinweisen. Das zweite Thema ist der Open Journey Planner. Auch hier sind wir daran, dass diese Ereignisinformationen integriert werden. Das sind dann die Trip Requests, also die Routing Abfragen und die Stop Event Requests, die Abfragen am Abfahrts oder Unterkunftsmonitor, die mit diesen Ereignisinformationen angereichert werden. Vielleicht noch was ich spannend finde, der Ausblick, also die OJP Version 1.0, die wir aktuell einsetzen, auch dort müssen wir eben mehrere Elemente teilweise zusammenkleben und in ein Element verstauen. Spätestens per Ende 2023 geplant, dass wir auch da die Version OJP Zeitpunkt 0 verwenden und dann werden dann die Informationen verlustfrei übertragen ins OJP Format. Das heisst verschiedene Textlängen, verschiedene Sprachen. Das ist dann vom Informationsgehalt deckungsgleich OJP und das VDV 736. Es gab noch eine Frage, ab wann werden auch die Hinmeldungen der SBB enthalten sein? Die ungeplanten Ereignisse von der SBB sind bereits enthalten. Die geplanten Ereignisse wie Baustellen plant die SBB in diesem Jahr umzusetzen. So viele ich weiss arbeiten die bereits daran. Gut, ich glaube ich bin schon am Ende. Es hat zeitlich gereicht. Wenn ihr noch Rückfragen habt oder das implementiert und Fragen gebt, könnt ihr euch sicher immer bei mir melden oder auch via Open Data Plattform diese Optionen nutzen und wir stehen euch da gerne bereit weitere Auskunft zu geben und natürlich verlinken wir auch gerne eure Showcases auf der Open Data Plattform wenn ihr was schönes gebastelt oder gebaut hat was auch immer genau Ann, hast du noch ein Schlusswort oder Nein, warte, es hat gerade noch eine Frage nochmal, ob es schon ein Halt stellen verzeichnis mit der Slide gibt genau das ist im Folien Satz referenziert das ist der Datensatz von DDoG ist auch schon im Chat wieder tipptopp die Leute sind da informiert das ist super ja gut dann würde ich sagen wir können hier schliessen wenn keine weiteren Fragen mehr sind vielen herzlichen Dank Roger für die Informationen und vielen Dank allen die zugehört haben und Fragen gestellt haben es gibt doch noch eine Frage nein das war die falsche Taste wir freuen uns auch über Rückmeldungen ob wir solche Meetups wieder mal machen sollen wenn es wieder etwas gibt ihr könnt euch jederzeit melden an opendata.sbb.ch und wir werden diese Aufzeichnung dann ebenfalls zur Verfügung stellen und die Slides Roger meinst du auch die können wir dann noch verschicken gut dann hört ihr alle nochmals von uns und dann wünschen wir einen schönen Abend vielen Dank für das Interesse Dankeschön Danke gleichfalls Tschüss zusammen Tschüss Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020